Lokale Agenda Lokale Agenda bedeutet für uns und für mich und für den ländlichen Raum eine absolute Notwendigkeit zur Weiterentwicklung und zum Bestand der Landgemeinden. An einem Strang ziehen. Ein Feuer entfachen. Generationen leben. Etwas auf die Beine zu stellen. Motivation und immer neues Feuer. So wie die Landentwicklung Steiermark ein gutes Team, So wie im Fußball, jeder denkt mit und jeder trägt Verantwortung. Die Zukunft der Region zu gestalten. Kultur fördern und Kultur leben. Die Inwertsetzung unseres Lebensraumes. Soziale Brücken schlagen. Global denken und lokal handeln. Die Zusammenarbeit forcieren und vor allen Dingen in dem Bereich der Nachhaltigkeit Positives bewirken. In der Gemeinde gut versorgt zu sein. Kommunizieren miteinander und sich bewusst machen, dass jeder Einzelne für eine gelingende Zukunft etwas beitragen kann. Es ist spannende Kommunikation unter den Generationen. Stärken und Chancen einer Gemeinde neu zu entdecken. Menschen zu motivieren, um in einer Gemeinde gemeinsam an großen Projekten zu arbeiten. Neues und nachhaltiges Pflanzen. Bürgerbeteiligung, Landentwicklung Steiermark, Gemeindezusammenarbeit und regionale Wertschöpfung erhöhen. .